Tja, liebe Zuschauer, Pech für Sie, dass für morgen leider wieder Regen angesagt ist, allerdings nur für den Süden Deutschlands. Glück für Sie, dass wir dadurch natürlich wieder einen Regenfilm ausstrahlen. Und zwar um 13.55 Uhr den italienischen Spielfilm »Madalena, ein Mädchen mit Pfiff« in der Hauptrolle und Regie »Vittorio de Sica«. Verehrte Zuschauer, die vielen Informationen über Umweltgefährdung und die Diskussionen über politische und wirtschaftliche Konsequenzen erfordern eine möglichst genaue Kenntnis der Voraussetzungen für das Leben auf unserem Globus. Das ZDF beginnt heute die siebenteilige Sendereihe »Wunderbarer Planet«, in der die Entstehung der Erde und die Entwicklung der Lebensbedingungen gezeigt werden. Japanische Aufnahmeteams haben dafür alle Punkte auf dem Globus besucht, um die wissenschaftlichen Forschungen der Geologie bekannt zu machen. Dazu wurden die Vorgänge in ungewöhnlichen Trickaufnahmen verständlich gemacht. Der folgende erste Beitrag führt mitten hinein in die aktuelle Problematik. Der Titel »Die Wüste lebt«.